Wortschatzarbeit statt Vokabeln pauken Wörterlernen heißt Wörterverwenden Wenn man überlegt, welches Wort am meisten mit dem Wort Vokabel gebraucht wird, dann kommt man schnell auf das Wort Pauken oder auf das Wort Liste. Vokabeln pauken und Vokabellisten. Und damit sind wir direkt beim Problem. Die nachweisbar unwirksamste Art, Wörter zu lernen, ist sie in Listen zu verpacken und herausgelöst aus jedem Kontext einfach Wort für Wort zusammenhanglos zu lernen. Und das ist leider genau das, was Hunderttausende von Schülern, Flüchtlingen, Migrantinnen und Migranten in Deutschkursen und viele andere jeden Tag tun. Die logische Folge ist, Sie vergessen die Wörter genauso schnell, wie Sie sie gelernt haben. In dieser Mini-Vorlesungsreihe möchte ich Ihnen zeigen, wie man das ändern kann, ohne mehr Zeit für das Lernen von Wörtern aufzuwenden. Von Vokabeln werden wir jetzt nicht mehr sprechen. Alles, was man dafür braucht, ist ein bisschen mehr Lernintelligenz, ein paar gute Routinen und Strategien und am besten einen Partner oder eine Partnerin, die das gleiche Lernziel hat. Gemeinsames Lernen ist in jedem Fall effektiver als alleine zu lernen, egal mit welchem Buch oder mit welchem Medium Sie das tun. Um herauszufinden, warum das Sammeln von Wörtern in Listen links das Wort in der neuen Sprache, rechts das Wort in der Muttersprache nichts bringt, ist folgende Frage hilfreich. Wie sind die Wörter eigentlich im Kopf angeordnet? Eins ist sicher. Bestimmt nicht in zweisprachigen, alphabetischen Listen, also links die eigene und rechts die fremde Sprache. Wie sind die Wörter im Kopf verbunden? Der Lernprozess ist dann gut organisiert, wenn wir das System unseres mentalen Wortschatzspeichers dadurch unterstützen, dass wir es auch zum System des Lernprozesses machen. Dazu müssen wir es zuerst erkennen. Wie das alles funktionieren kann, möchte ich Ihnen in dieser Mini-Vorlesungsreihe zeigen. Dazu werden wir uns die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Bauplan des Lexikons im Kopf ganz genau anschauen und daraus dann konkrete Tipps für die Unterstützung und Beratung von Sprachlernenden ableiten. Klingt einfach, oder? Ist es auch. Sie werden sehen. Was Wörter betrifft, ist das Gehirn ein ziemlich effektiver Ordnungsmechanismus. Und das Beste daran ist, es funktioniert im Autopilot-Modus. Völlig automatisiert. Das ist eine gute, aber auch eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, Ihr Gehirn hat ein sehr effektives Ordnungssystem. Wenn das Gehirn ein neues Wort sieht oder hört, vergleicht es automatisch die neue Information mit bereits gespeicherten Bildern, Wörtern und Tönen. Wenn das Neue mit dem Bekannten in Verbindung gebracht werden kann, wird das Wort behalten. Wenn nicht, wird es ziemlich sicher bald wieder vergessen. Und hier ist die schlechte Nachricht. Das Vergessen ist ein ebenso automatischer und effektiver Prozess wie das Lernen. Wir können diesen Prozess leider nicht oder kaum beeinflussen. Ihr Gehirn entscheidet selbst, wenn es etwas behalten oder etwas vergessen will. Sie werden dabei überhaupt nicht gefragt. Sie glauben das nicht? Wenn es nicht so wäre, könnten Sie ja einfach entscheiden, was Sie behalten und was Sie vergessen wollen. Wenn Sie also kurz vor einem Test stehen, könnten Sie einfach sagen, ich will nichts vergessen. Sie wissen aus Erfahrung, dass das nicht funktioniert. Lassen Sie uns also darüber nachdenken, wie wir das Behalten von Wörtern besser unterstützen und organisieren können. Das Anlegen von Wörter-Konserven in Listen funktioniert also nicht. Das Gehirn ist darauf programmiert, das zu lernen, was es braucht. Es ist darin ziemlich konsequent. Was nicht gebraucht wird, wird automatisch vergessen. Denken Sie nur an Ihren Mathematikunterricht in der Schule. Wörter, die gelernt, aber nie benutzt werden, verschwinden schnell. Sie können nichts dagegen tun. Mein erster Tipp ist also, verwenden Sie gelernte Wörter möglichst rasch, um etwas Sinnvolles zu sagen oder zu schreiben. Wenn Sie also Wörter über Familien und Verwandtschaft lernen wollen, lassen Sie die Lerner über Ihre Familien erzählen. Stellen Sie Fragen dazu. Wenn Ihre Lerner dann ein bestimmtes Wort suchen und Sie ihnen dann das Wort nennen, werden Sie sich dieses Wort dann auch besonders gut merken. Die amerikanische Forscherin Meryl Swain hat das untersucht und nennt das ein Loch in der eigenen Sprache finden. Wörter lernt man auf diese Weise durch die Verwendung der Sprache. Das funktioniert viel besser als der Versuch, Wörter einfach ohne Zusammenhang auf Vorrat zu lernen. Das funktioniert viel besser als der Versuch, Wörter einfach ohne Zusammenhang auf Vorrat zu lernen.